Musik E.O.N. Kannst du bitte hier einmal abfilmen, wie toll das ist? Abfilmen? Wo die Kamera? Willst du vielleicht ins Bild? Das sieht gerade lustig aus. Oh, soll ich noch mal sehen? Ja. So. Da. Ich bin drauf, Hengu. Schaufel. Jetzt geht's wieder los. Das wird so krass, okay. Hier muss ein Panzer sein. Ein Colt. So, meine Damen und Herren, hier spricht der Käpt'n. Wir machen jetzt ein oder zwei Übungen. Das sind reine Übungen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Meine Crew und ich bringen Sie sicher nach Köln. Das nennen wir die Schraube. Sieh hoch, sieh hoch! So, habt ihr schon mal einen Piloten gesehen, der bei einer Boeing 747 eine Schraube hinkriegt? Ich glaube, nein! Ach, das Rollfeld. Hier kann ich dir den Manual zeigen. Es gibt nämlich den Manual-Sprung. Alter, den Manual, das klingt wie so'n Kickflip oder so'n Grind. Okay, guck mich an, ich mach' den Manual. Hast du's gesehen? Nicht! Nein! Du machst doch nicht den Manual! Bist du denn geisteskrank? Hey, du hast gesagt, ich soll'n Manual machen. Du sollst gucken, als ob du den direkt schaffen würdest. Ja, aber jetzt schwer ist der nicht. Ja, nee, aber für dich schon. Nein! Nein! Hahaha! 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 Scheiße! Alter, ist ja viel zu klein! Hahaha! Hahahaha! Ja, also im Ernstfall passiert dann hier nichts. Gut! So, Herr Nuggets! Papa geht jetzt in-game! Äh, I'm Henno. I'm from Spandau. And, äh, yo! I'm 28. Skating since living. I'm proud that I'm in the, ähm, dass ich halt im Game bin. Tony Hawk pro Skater eins und zwei. Wurde auch Zeit. Mal missen. Können Sie uns vielleicht sagen, äh, warum Sie es erst jetzt in das Remake geschafft haben und das nicht schon damals passiert ist? Habe ich auch drüber, äh, oft drüber nachgetrinkt. Und, äh, ich kann's mir nicht richtig erklären. Also bin ich ehrlich, ich kann die krassen Tricks, bin der krassste. Und, äh, eigentlich bin ich ja auch mit, mit dem Tony, bin ich ja so. ... Ich bin ein U.S. working man. Ich habe gerade vorgerüstet und den Kehlkopf geräumt, Alter. Ja, wie mache ich eigentlich Geschwindigkeit? Hier, ne? Ja, mach mal kurz Puls. Jetzt müssen wir den einmal analysieren, Fernsehstatus, Analyse. Ich brauche wirklich vier Sachen. Ich schreibe mir das auf. Ich schreibe das hier rein. Rücklicht, Kiste A, so dann Werkzeuge, Vorderer Kotflügel, Kot, Kolbenbolzen, Kappe der Montagehalterung, Aufhängungsarm dreimal, Spiralfeder, Box für Munition. So, jetzt gehen wir einkaufen, fehlende Bauteile kaufen. Ich habe jetzt alles aufgeschrieben. Mach mal Radio, mach ich mal an, ne? Okay. Ja, gut. Heute habe ich gute Laune, Laune. Heute ist ein schöner Tag. So was läuft in den Schatz? Heute Morgen bin ich richtig, richtig, bin ich richtig gut in Fahrt. Tja, der klingt ja wie du, ne? Ja. Ist normal mittlerweile. Machst du Radio an, dann bin ich da drin. Nee, nee, nee. Das liegt daran, dass ja alle gleich klingen heutzutage. Ja, sagst du. Aber weißt du, wenn du keine Ahnung hast, dann lass es. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Flug von Berlin-Tegel nach Köln-Bonn. Wir haben zur aktuellen Zeit 13.02 Uhr nachmittags. Die Außentemperatur liegt bei 48 Grad im Schatten. Die Luftfeuchtigkeit, meine Damen und Herren, ist auch richtig krass. Wallah. Die liegt nämlich bei 44 stark steigend schwach. Wir werden heute ca. 45 Minuten in der Luft sein. Und dann auch bald in Köln ankommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, der Bordkapitän Maximilian Paul-Kalleins-Knabe. Good morning, ladies and gentlemen. Today we will fly from Berlin-Tegel to Köln-Bonn. The weather is hot outside and oh, we have to start. Ja, genau. Und er schwebt und geht wieder zurück. Ich bin fasziniert von dem, was wir hier gerade generell zu sehen bekommen in diesem Moment. Ey, er spielt sich eine Scheiße zusammen. Jetzt hat er ihn umgebracht und fliegt hoch. Er hat mal klar. Gratulation. Den Sieg hast du dir wirklich verdient. Okay, ja. Auf in die nächste Runde, Alter. Das haben wir nicht nacheditiert. What the fuck? Richtig geile Soundeffekts. Die slidet einfach. Guck dir das an. Die haben nur die G-Animation nach vorne. Double Nose Flip ist auch nice. Baby Crusher 3. Flip Griny Bug ist auch... Ey! Ey, raus! Ich darf nie, Leute, läuft raus! Das war nur ein Kaffee. Alter, war ja unscharf. Jetzt macht die Kamera aus. Ist live? Ich mach jetzt die Kamera aus! Ich schlag die zusammen! Ich kann froh sein, dass er überhaupt mitmachen darf, ey. Hoffentlich er erstickt an seinem Kaffee. Ich hab's angeklickt. Es ist tot und es ist Schrott. Ähm. Ja, also. Die rote Scheune. Woo! Okay. So. Guck mal, da seht ihr auch schon. Da ist der... Der Funk-Turm von Berlin. Ich hab ne Trompete. Ja, sprich dir mal zeigen. Kannst du aber, musst du jetzt hier irgendwie... Musst du mit Ausfahrt lenken oder so? Fahr rauf! Ich fahr mal, ich fahr mal... Was denn? Links! Hier auf dem Standstrahl. Ja! Der ist für mich... So. Pass mal auf. Stehen wir nicht hinten über den Fahrt weg? Über den Fahrbahn. Komm, ich begleite dich. Ich hab hier eine Gitarre dabei. So. Also, bitte. Aber das bin ich auch nicht gewohnt. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Hä? 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 Zeig uns Flyhack, yeah! Denn Speedhack und der Wallhack kombiniert sehr viel Spaß, keine Ehre! Help! My house is under attack by rats! We got a rat over here! We got a rat for your これ que like. Ja! Hahaha! Okay, now Skate, Skate, I need Skate. Ich werde deinen Laden nicht machen. Alles klar, Onkel Billy. Oh, du hast wieder einen leichten Tee. Oh, ich seh das. Lande ich auf unserem scheiß Büro. Gas weg, Landeklappen ausfahren. Nein, wir haben zu viel Fahrt drauf. Bitte. Ja. Ja, ich bin zu schnell. Egal, den nehme ich mit. Ja! Motor aus. Ich lieg genau auf dem Dach. Ah, Flug-Simulator. Jetzt sind wir aber schnell unterwegs, ne? Sechster Gang hier. Jetzt drückst du ja richtig hoch, wa? Oh, das ist der siebte Gang. Ah! Entschuldigung, aber gut, dass wir so ein großes Auto haben, ne? Ja, jetzt muss ich ADAC rufen, ne? Jetzt hab ich aus deinem Becher getrunken. Nee, ich hab schon getauscht. Nee, geht dir geht. Jetzt hab ich aus meinem Becher getrunken. So, meine Freunde, wir befinden uns hier im Finale auf Sch-Ran. Sport1-Ran. So, du musst langsamer hüpfen. Hey! Der ist ja hässlich! Freunde, auf diesem Channel haben wir nie so was Spannendes gesehen! Oh! Ich hab zu viel gelacht! Ich hasse das Spiel! Jo, dann, äh... Mach ich jetzt nen Olli. Mhm. Ton läuft. Kämmer läuft auch. Dann, ähm, Achtung und... Bitte. Ey, ey, ey. Ich mach jetzt nen Olli. Okay. Jo, check... Jo. Man ist... Check... Check this out. Okay, man! Oh! 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 Warum immer ich? Weißt du das? Whee! Oh, Frankfurter Schnitzel. Das schmeckt gar nicht! Tschüss. Bis zum nächsten Mal.